Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Online. In dieser Folge habe ich mir gedacht... Nee, er will mich nicht auf... Warum darf ich wieder nicht auf mein Pferd aufsteigen? Oh, dieses Spiel... Ich hasse es und liebe es zugleich. In dieser Folge habe ich mir gedacht, wie ihr im Titel schon sehen könnt, ich werde alle Dailies machen, aber jetzt kommt runter... Es wird pro Folge immer nur eine Daily sein. Das heißt, es werden ganz kurze Videos, höchstens eine Minute oder so. Und das ist quasi eine Videoreihe, bis ich alle Dailies durch habe, damit ihr, falls ihr eine Daily machen müsst und auf YouTube sucht, damit ihr einfach ganz schnell wissen könnt, wo ihr was findet, wie auch immer. Bei den Sammler-Dailies werde ich nochmal extra drauf eingehen, aber wir machen jetzt einfach nur die allgemeintäglichen Herausforderungen. Wird auch drin stehen, ob das Rollenherausforderungen sind oder die allgemeine. Und wir machen jetzt erstmal die Frischwaren. in diesem Video. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich heute alle zeige von dem hier, sondern jeden Tag kommen ja andere, aber es sind im Großen, Ganzen, keine Ahnung, 100 verschiedene allgemeine Herausforderungen und davon kommen jeden Tag ein paar dran. Und ich mache jetzt heute die Frischwaren, morgen steht dann da beispielsweise, töte drei Gegner in Showdowns, wo ich jetzt drauf bin. Und nicht mehr das mit den gegnerischen Nichtspieler-Charaktere, sondern töte drei Gegner in Showdowns und dann kommt das dann. Und irgendwann, in einem Monat, kommt vielleicht die Aufgabe nochmal dran und dann werde ich die dran nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? So, also machen wir jetzt erstmal Frischwaren essen. Das ist ganz einfach. Ihr müsst hier, Ich glaube, Birnen zählen dazu, oder? Ja, genau. Also, alles, was frisch leihen sollte, zählen Äpfel auch dazu. Mal gucken. Ja. Am besten, dass es hier geht, wenn ihr keinen Äpfel habt, in den Laden und holt euch Äpfel oder im Katalog, bestellt sie zu eurem Lager und holt die dann an der Lagerkiste ab. Ansonsten in einem gemischtwaren Laden. Ich weiß nicht genau, was alles dazu zählt. Ich glaube, Pfirsiche zählen auch noch dazu. Da bin ich jetzt aber nicht so beraten auf diesem Weg. Und das zählt schon, siehst du, da haben wir die Daily. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.